Ich weiß, du kennst mich nicht, willst mich wohl nicht, wenn ich jetzt nicht will, wenn wir uns begegnen, dann frage ich mich, was wäre wohl, bin ich dich? Ganz unverhofft und unverblüht ansprechen würde. Hey du, wir sind doch Spindnachbahn, sollten wir uns nicht mehr kennenlernen. Und wie wär's mit nem schlechten, kaltem Kaffee aus der Mensa, das bringt dann auch gleich viel näher an. Du bist kein Typ von nebenan, bist auch ein Mann, der einem Märchen erzählt. Kein Spießer, Weltretter, nur einer, mit dem man Pferde stiehlt. Ich frage mich, wer du wo bist, ob unsere Wellenlänge kompatibel ist. Also warte ich auf den Tag, an dem ein Spindnachbarn mich fragt. Hey du, wir sind doch Spindnachbahn, sollten wir uns nicht mehr kennenlernen. Und wie wär's mit nem schlechten, kaltem Kaffee aus der Mensa, das bringt dann auch gleich viel näher an. Das ist ein Aufruf an alle Spindnachbarn, solltet ihr euch nicht mehr kennenlernen. Denn das Leben ist viel zu kurz, um zu warten, dass der eine Spindnachbarn dich fragt. mm mm mm, mm mm, Untertitelung des ZDF, 2020